Hey Leute, heute haben wir mal ein paar bisschen, ja wie sag ich das am besten? Boobies! Tits or get the fuck out, richtig. Wir werden natürlich wie immer ein bisschen trollen. Philipp ist zum Glück noch weg, also da habt ihr noch ein bisschen Ruhe. Und ja, dabei sind wie immer Jester und Lukas. Ach nee, Lukas, wer ist Lukas? Kenn ich nicht. Nicht mal ein österreichischer Verarscher oder so? Nö, noch nicht. Respekt. Ich hab's vergessen. Ja. Ja, Boobies gewinnen das Spiel, hab ich mal gehört. Vor allem wie Synchron, Katharina und Aschi so stehen und Nidalee und Sona. Und Kragas ist unser Chef. Du, ich hab... Ja, Chef. Der Chef trifft es besser. Yes, darling. Yes, darling. Nein, darf zuhälte nicht sagen. Was war das? Das war ein Pff. Ja, wie man sieht, schön... Boobies. Wenn wir das verlieren, dann sind Boobies schlecht. Dann müssen wir uns das anderes suchen. Boah, wie... Pixel, wie sieht der in deinem Fass aus, Alter. Wie Nidalee einen tiefen Ausschnitt hat. Sag mal. Warte, guck mal kurz. Guckt euch mal mein Fass jetzt so an, was ich so in der Hand hab, ne? Ja, ja. Ja, und dann... Und dann... Was, Leil, ne Granate? Ne Pixelgranate. Guck mal, bei der Nidalee am Zornblatt. Da popst ein Teddybär raus, wenn die explodiert. Echt? Ja, dann wirst du da ein Teddybär grad rausgepuscht. Hab ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Warte, mach nochmal. Da, ganz am Schlieb... Da, da. Das Bronner. Das ist gar klar. Das ist eher... Dieses kaputte Fass. Ja. So, das ist ein Passe. Ist ein Teddybär, ist ein Teddybär, oder? Ja. Oder... Ja, okay, vielleicht nicht. Du hast einen tiefen Ausschnitt. Womit starte ich denn? Ich hab den tiefsten von allen. Ja, genau, Gragas haben wir halt genommen, weil... Auf jeden Fall auf Träne, Philipp. Okay. Ja, Träne first. Instant. Wenn du keine Träne auf Level 1 hast, ist... Dann sollte ich mit den Items anfangen, das ist cool. Äh, wer ist denn da? D, Cannon? Ich habe noch nie, äh... AD, Bruiser, Niederli gespielt, übrigens. Nicht? Ich bin AP-Sona. Philipp hat noch nie gut gespielt. Ja, AP-Sona, da könnten wir die mit Level 1 gleich ficken. Äh... Ey, hier ist da... Ihr sagt kleine, unschuldige Österreicher, ne? Ja, vor allem, äh... Cannon liege hier. Vor allem, äh, kaum geht's hier um, äh, zu älter und so, und dann... Äh... Hättest du gekritzt, hätten wir sie... gehabt. Nee. Na, klar. Ja, aber dann hätte ich drei Last-Hits also verpasst. Ich habe den Cannon hier oben, sagt mir erst da einer. Du hast Cannon oben. Du hast Cannon oben. Okay. Ich glaube, du hast Cannon oben. Phil! Philipp, du hast Cannon. Ich glaube, du stinkst. Nee, das bist du. Und wahrscheinlich. Ziemlich wahrscheinlich. Überertrieben wahrscheinlich. Du? Ich war vor zwei Wochen erst duschen. Echt? Oh ja, okay, dann bin das doch ich. Ich weiß. That's what she said. Ich habe jetzt Grids wieder. Ja, aber ich brauche eine freie Schussbahn. Freie Schussfeld heißt das. Schussfeldbahn. Schussfeldbahn. Boah, ich kann mir mal einen Sperr Last-Hits holen. Nee, kann ich doch nicht. Okay. Was ein Damage, da hat er nicht mal Barriere zünden können. Dem Damages, ey. Ich könnte einen Gang vertragen. Ich hätte einen Leash vertragen können, aber... Ich war doch da! Ja, zehn Sekunden spät. Boah, der Schaden. Was für zehn Sekunden. Boah, für den Last-Hit werde ich jetzt flashen. Okay, nee, ich bin tot. Ja, für Kennen ist Last-Hit. Boah, so eine Boeing-OP. Hattest du noch Flash oder was? Ja, ja. So. Leider hat dich keinen Help. Das ist jetzt diese... Ja, so einen Help brauchst du nicht. Es ist oft. Du brauchst Assist, aber kein... Ich habe jetzt mal einen dritten Hit. Spare dir mal einen Crit auf. Eins. Zwei. Warte, ich habe noch nichts. Jetzt habe ich ihn. Und schon wieder Low. Oh Gott. Best Combo ever. Wottom geht Spaß. Wottom hat Spaß. Hat Spaß. Wollen enden die Last-Hit, ich nehme die Kills. Ich fand das gerade viel besser, dass die sagen, ja komm, wir gehen jetzt auf. Drei, zwei, eins. Und du machst in der Zeit einen Kill. Genau in der Sekunde. Wir sind... Überdrüber. Überdrüber. Überraschung. Surprise. Yes, der ist sowieso überdrüber. Der ist richtig drüber, der Junge. Ich bin immer drüber. Überdrüber. Ich habe voll Angst vor diesem Kennen. Der macht mich total platt. Der macht mich plack, sagst du? Platt. Keine Sorge, wir haben eine 2-0-Sona. Oh Gott sei Dank. Ich brauche auch Mana. I don't care about. Das Problem ist, ich konnte halt keine Wards kaufen. I don't care. Wards? Die sind überflüssig. I love it. Alle dort kommen, bringen die Ehe. Hilfe. Wer war. Kumpel sein? Hunde schmeißen? Wuppies? Hunde schmeißen? Was? Warum willst du meinen Hund schmeißen? Hunde reißen? Ich bin glaube ich wieder tot. Jupp. Nein. Ah, und der hat noch einen Schwer gekriegt. Der tat weh. Der tat weh. Du musst gut damage, ne? Danke. Oh, halbtot ist er schon. Wo ist mein Assist? Wo ist mein Assist? Wo ist der Kill überhaupt? Du hast ja nicht gewartet, bis ich da bin. Du hast ja einfach nur blind reingeschossen. Stimmt, wir haben einen Junker-Katerina, ne? Boah, ich habe keinen Damage raus. Ja, da war auch 35 AP, WTF. WTF? WTF? Katata-Fisch. Denn Katata-Fisch ist in deinem Körper. Was level ich noch? Wo sind die da trotzdem den Speer? Ich meine, da wird ja später der Haupt-Damage-Spiele ihrer Katzenform raus, oder? Ja, ja, mach trotzdem Speer erstmal. Weil du bist noch keine Level 6, also kannst du auch keine Katzenform. Ja, ich habe mir gedacht, den Heal muss ich jetzt erstmal auf 2 machen, damit ich irgendwie hier überlebe. Noob. Ist ja einfache Lane. Oh Gott, der will mich schon wieder töten. Ja, haben wir ja nicht blind pick? Ja, schon. Oh, da ist krass, Siegs. Teleport, teleport! Boah, der hat Damage. Wir damagen ihn zurück. Wir können da, das wird ein Trübel-Kill. Ja, weiß ich nicht. Der Warwick war gerade in der Mitte. Wo war eigentlich das SS-Daniel? Ich habe, guck mal in den Chat. Ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Wir sind im TS. Guck mal im Chat. Weißt du, wir sind im TS. Ja. Ja, wir sind im TS. Ich weiß, ich bin tot, plötzlich stehen die mit 3 Leuten da oben. Ich habe ihn. Ja, push meine Lane, bitte. Da geht noch was, ich brauche keinen Last-Hits. Ich muss. MC, hol dir alle. Okay, okay. Wann bist du 6? Wenn du so, in dem Moment, wo du 6 wirst, baller direkt rauf in Stun. Okay, wenn ich 6 bin. 1 Minute noch. Gut. Okay, noch 1. Gut. 1 noch. 1 noch. So, da, dreht auf Tristana, komm. Aber ich glaube, 1 brauchst du noch. Push jetzt, ja, die ganze Zeit pushen wir, wenn du einen Tower machen kannst. Nein, guckst du dir an. Ich nehme meinen Tower in der Mitte. Hoffentlich, hast du verdient. Nope. Ja, passt schon. Ist das egal, oder? Nein. Kennen ist wieder top. Ich gehe jetzt vor. Wahrscheinlich gerade wieder in guter Laune, mich zu töten. Mitte fehlt, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Ich krieg' euch bestimmt gleich ins Gesicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ist mein Wort. Warte, ich habe noch Ulti, falls er ankommt. Oh mein Gott, er sniffelt mich. Er sniffelt mich. Das ist weg, was du tun. Was ist dein Halt? Was hast du runtergekriegt? Help! 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 Helps! Ich brauche einen Help. Ich brauch einen Ich brauch einen Ich bin tot, ich bin so tot Ich bin so tot Die hat schon wieder Ulti? Der? Das? Tatatafisch Tatatafisch Wurde grad umgebracht Tatatafisch Hat Keine Macht Ich bin ein Creep von Level 6 Ein Creep von Level 6 Du dann Ich hab ihn gelassen Ich hab ihn 5 Sekunden Ulti 3 2 Warte Du bist so dumm 1 Schieß die Ulti nicht War der Söhne Das ist Komm Wollte 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 Ich glaub' mein ta兩個 lange Es ist sehr OP Stardeaafisch Wo bleibst du? Was hast du hier für dich gesammst? Ja, dass ich auf dem Weg bin nicht, dass ich da bin Die können wir einfach schaffen Der macht die Blatt! Der macht die Blatt! Der macht die Blatt! Pilz-Power! Flash! Bitch! Das machst du sehr gut, dass ich keinen Assist kriege. Und der am besten hinkommt. Hast du grad dein Handy da bei dir oder so? Hat sich grad irgendwie wieder Transformer-mäßig angehört bei dir? Hey Philip! Nice 0-4-0 Was? Ich gleich doch, wenn ich im Rackgame immer schreibe, I play what we need, except top. Ah ja, das stimmt, du bist kein Topf, oder? Doch, doch, ist er. Er ist nur so schlecht. Er ist mal 4-4. Und ich bin der schlechteste Top-Laner aller Zeiten. Fläschst du mir rüber? Ja! Und AP Nidalee macht irgendwie mehr Spaß. Ja, Wompf, du bist kein AP Nidalee. Haben wir dir gesagt? AP Nidalee macht mehr Spaß, spiel dich nicht. Nein, hast du ja nicht gesagt. Ich hab mich dazu gezwungen, AD zu spielen. Mhm, haben wir viel. Haben wir viel, ja. Würde ich jetzt auch sagen. Philipp, spiel mal AD bitte nicht. Nein, ihr zwingt mich. Boah, aber jetzt kommt die wirkliche Kraft mit der Katzenform. Hier, komm! Komm hoch hier. Lukas! Ist irgendwie ein bisschen schwierig heute. Was? Diese Normal-Games. Da ist dein Katata-Fühl. Ach du Scheiße. Weißt du, haben 5 Devs. Philipp, 4. Ich schaffe noch mehr, ich schaffe noch mehr. Soll ich nicht langweilig machen? André schafft jetzt erstmal einen zweiten. Seinen zweiten. Kill. Death. Assist. Der Kennen könnte auch in der Mitte sein. Äh, fliegt die Ulti noch. Könnte gerade, ja. Sie machen Dragon. Sollen sie doch. Komm, raus. Ich brauch Division. Division, Division. Gold Division. Nummer 2. Okay, ich hab gekneit aus mir. Oh, Kallen ist hier. Hat ulti gemacht. Hier. Egal. Jester macht jetzt Penta. Jester macht. Ja, Slide. Keine. Ja. Das war's. du hättest mir ruhig helfen kann ich habe ich habe gegen links gefeit ist der klar gegen tristaner ist mir nicht klar ich hätte porten können er stimmt das telepott kennen wir hier noch irgendwo ne sucht da ist er schnell wort schnell wort dann war mein ist der krass ist der krass kommt kommt teleportiert komme sollte sie nicht davon weg ziehen andere ich wollte dich heilen durchfalle ja auch zu viele animen hey philip viele assist hast du da natürlich nicht hey philip warum so viele assist ich will mit 0 78 0 aus dem spiel gehen ich möchte nicht mehr dass ihr gewinnt da kriegst ein cookie von mir wenn du 78 test zusammen bekommst ja gar nicht so dass ich mal geboren der wieder und er hat der kloppen sich der es wird man erstmal gebannt wenn es sind sobald du es erreicht karsix ist müssen also klar nicht dass flipp noch gold geben würde aber ich will es ihm trotzdem sagen ich möchte meinen meine land ist gepusht ich habe den ersten taur gemacht warte proxie nidalee m Ja, push einfach. Ich muss nicht pushen. Pushen. Pusher. Pusher. Kannst du watch den? Oder eher nicht so? Kann er nicht so. Hm, kalte Pizze. Hm. Ich find kalte Pizze ist auch immer so geil. Ja. Pizzen. 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 Nimm meinen Heal. Und da kommt mein... Nein. Der wohl perfektste Speer aller Zeiten. Team, ich komme doch nicht, oder? Oh, Hanf, ich habe unterschätzt, dass unser Team kommt. Hast du nicht vielleicht einfach wieder das Team überschätzt? Nee. Sie brechen ab, sie brechen nicht ab. Überschätzen leider nicht. Hau dir da rein. Hau dir. Hau dir. Kann nicht wentsch. Stirb. So. Oh, du hast ein Damage. Ja, der stirbt doch jetzt. Was? Wollte mal sagen. Report mich auf der Game4Cool. Nevermind, lol. Ich habe einen Kill. Ich habe einen Kill. Fällt mir gerade auf. Jetzt kann ich mit 1,870 aus dem Spiel gehen. Ja, der muss ein bisschen näher kommen. Wir haben das fast nur zum KS behält, ey. Ihm. Was? 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 Ja. Ja, ich bekomme nur die guten. Nur die guten bekommen Schutz. Ja. Äh. Ulti sie. Ich bin da. Ich bin da. Achso, ich. I'm pushing. Trimm'ball! No 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 Nonono... Nononono! Nononono! Ich habgo... Ich weiß nicht wie oft die dieses gelbschoke failflasht sind. Oder wenn du failjumped oder so. Jetzt mach ich den Blatt. Oder am Drake executed halb. Mein Schaden, mein Schaden. Ja, hilf mir nicht, hilf mir nicht, kein Problem. Komm mal her, komm mal her, spring da rüber. No, 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 no. Er macht mich auch noch. Er macht dich ziemlich hart. Aber er lässt es einfach. Wie schlecht ist der denn bitte? Ich würde erwarten, dass Ken den Kill holen kann. Ach so, ja genau. Wir wissen was, du meinst Hanf. Ja. Weiß ich manchmal selber nicht. Hauptsache, ihr besitzt. Gibt's da noch für starke Items. Das ist doch cool. Ich würde so ein Blade of the Room King haben. Kenne ist auch ein bisschen fett. Wieso? Wende. Wo kommt das nochmal her? So, jetzt Teamfight. Ich bin dabei. Team. Team. André. Team. 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 Team Team. Team Team. Team Team Team. Was? Hat er ein bisschen hart KS mit der Ulti. Genau, KS. Weil ich hier nicht die Haupt-Damage... ...der hab. Einerseits, der Herr ist eine Worte. Ey, jeder der neben Philipp steht hat mehr... ...den Haupt-Damage. Ich war doch nicht mal dabei! Ja, siehste? Du brauchst noch nicht mehr daneben stehen. Das macht Sinn. Man hat deswegen auch kein Damage. Verstehst du, was ich meine? Na dann könnts liegen, ihr fallt einfach nur ohne mich Na richtig Deswegen hast du 1,7 Weil du immer tot bist Ja Ulti des Todes 25,8 Tod Guck Da fliegt er Boah da fliegt sie! Hinterher! Ich re... ja Du hast die extra geflasht dafür Oh Gott der ist schon wieder Oh der ist schon wieder Oh Gahhahaha Nein Das war die ultimative Bait-Ulti von dir Ich bin tot Andy, warum feedest du eigentlich absichtlich? Du Arsch! Hahaha Jetzt hättet ihr die ulti zum Beispiel gebraucht, wenn ich was sage Ja Wenn ich fast so viele Lastits hab wie viel Kommt ihm schon sehr nahe, ja Wie ich immer noch mehr hab als KZX Ich hab sogar bessere Stats als KZX Das gibt's nicht Ja, hab ich wirklich Da kommt ne Salve Gebt dem KZX keine Kills bitte Noch ne Salve Kannst du auch mal Schaden machen jetzt? Ja, mach's mal Schaden Aber ich brauch den Double-Buff Team never helps Kennen das wenig Gefilde Ja Brim, mach mal platt Boah, wie ich hier durch die Gegend geschnickt werde und André nix macht Wie André noch Ulti hat Ja, ja, ja Ich bin tot, er hat noch Ulti Wie? In dieser einen Folge mit der Janna und dem Schild Ich hab dir grad das abbekommen Ja, 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 genau Flash! Und jetzt noch KZX KZX Wo ist der? Da ist er! Da ist er! Komm ich bin weg Der haut eh schon ab Da, da ist er! Töt den! Ne Doch, töt den Mann Er hatte die selben Stats wie ich André auf KZX Boah, wie er dich austrinkst, wie er dich austrinkst! Haha, gut André Sauber Wie, ich die Damages mach einfach einfach nur Ist der Drake ab? Das ist Baron Das haben sie gemacht Baron, Baron André geht einfach Dann camp Baron Doch, und jetzt Baron Ich glaub ich pack den Komm noch bei Bist du an Scheiß-Skoller, aber Mhm Hilfer Begabe Oh Danke Team, danke Danke Kein Problem Danke Team Jetzt weißt du wie ich mich auf der Top lane gefühlt habe Oh, 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 oh Was ist denn los? MC ist OP Okay Okay Teleport ULTI in 5 Naja, jetzt da schießt auch keine Salve Jetzt hab ich ULTI Komm jetzt auto-hütter der Wer hat den denn so gefriedert, bitte? Ja, Kein ist ein bisschen fett Mit 19,7 Hm Ich würd mal sagen Ja, wenn Dani sich nicht so hätte catchen lassen, ne? Ich bin ja super Ja, ist meine Schuld Ja, ernsthaft, du hast dich da richtig catchen lassen Ja, es ist meine Schuld, nicht 1-11 Niederling Nee, daran kann es nicht liegen Die 6 Kills macht kein Gold mehr wert Äh, Deaths hat kein Gold mehr wert Und danach einfach mal ein Kill macht Cloud Kills, ja Kill macht Cloud Ja, nur um wieder Gold wert zu sein Ja, das war der Plan dahinter Genau, leg dich mit ihm an, nachdem wir gerade gesagt haben, wie gefeated er ist Ach, lol Ist eine Wurst Okay, das geht nicht Das muss ich jetzt so lang probieren, bis ich es schaffe Mann Mann Ich bin mal nicht durchgekommen Ja Geht das überhaupt? An der Stelle glaube ich nicht, nein Ich hab's jetzt überall schon versucht, muss ich durch die Lampe durchspringen Es geht überall Philipp, da kommst du durch Aber nur bei dir nicht Ach, hier ist der Eingang Dann kann ich sogar durchhüpfen Oh, ich muss, ich muss Yester helfen Oh, was? Ich komme Yester, ich komme Friss meinen Heal Ich brauch den Heal nicht Ich brauch den Blue Hast du ihn? Yes Ich komm weg, ich kenne hier LoL Du scheiße, der chaset mich, ne? Ernsthaft Ne, Phil Das war jetzt Okay Oh, jetzt kommt Daniel viel zu... Ja, hier ist ein Bluebar für dich an dem Daniel Oh, der war mich Ich wär fast weggekommen Aber Daniel hat's verkackt Wer hat den denn so gefeedet? Eins, zwölf... Puh Ich hab mit dem, ich hab mit dem nix zu tun mit dem Warwick, der hab ich nie getötet Nein Nein, nein, jetzt gerade auch nicht, ne? Ja, das gerade, da war der ja schon gefeedet Sonst hätte ich den ja fertig gemacht Ja, natürlich Jo Jetzt hast du auf den kleinen Kindern aber den Lolli, ne? Ja, mein Kind ist ja zu stark geworden auf einmal Oh, oh Instant Ja, stimmt Sorry, sorry, leider Wie wir alle Lanes gewonnen haben bis auf Top und Philipp den so gefeedet hat, dass er den das Game jetzt wahrscheinlich noch gewinnt Die letzten Folgen waren ja zu langweilig, was ist los? Ich verstehe nicht, wie solche Leute auf Gold sein können Ja Ja, das war auch, oder? Deswegen müssen wir Platin werden, weil Gold nix mehr bad ist, ne? Oh Gott! Wie mad ihr seid? Die ganze Zeit, äh, die Folgen sind so einfach! Jetzt mach ich's ein bisschen schwieriger und ihr holt immer noch rum Ja, gebt dem Triple Kill! Gebt meiner, gebt meiner Top-Lane Triple Kill! Warte, er hat sich, wir haben die nicht gegeben, er hat die einfach genommen Gebt meiner Top-Lane Triple Kill Er hat Ulti gemacht und fertig war die Laura Gebt meiner Top-Lane einfach mal ein Triple Kill Komm Daniel, wir machen den, fertig Basti I'm ready Klatsch ins Gesicht Was machen wir jetzt? Keine Ahnung, Klatsch ins Gesicht hab ich gehört Ah, da hinten das Minion Das wird es bereuen Du könntest dein Atom aktivieren Ok, jetzt Mich können fünf Wir können Ne, drei Leute töten Warte Ich hab mein Blade of Runen King fast Wollen wir einen coolen Teamfight machen, wo wir keinen fokusen? Ja Aber ich bin froh, dass ich, obwohl ich so ne harte Lane hatte, echt ne Menge Hilfe von meinem Team hatte War viel harte Lane, du bist einfach nur zu schlecht Ja Kill! Boah! Ja, Alter Sogar der Warwick ist so krank gefedet Ja, auch von mir Ich hab alle Lanes gleichzeitig gefedet Ich bin nur von Lane zu Lane gegangen und hab mich suicided Ne, ne Unsere Letristana kann nix, nix die Olle Ja, Karzix ist auch aus dem Spiel, komischerweise Ja, aber Aber mit dem Warwick hab ich nichts am Mut gehabt Das lass ich mir jetzt nicht nachhalten Ja Heißt nicht vorhalten Ne, nachhalten Ist ja nachhaltig Ja Ja, Phil Phil feedet jeden Gleichzeitig Ja Vierfach Ich wollte nur gucken, ob die den Baron gerade machen Wir können den machen, ne? Ja, mach du Ja Ok Keine Sorge Aktiviert ein Item Aktiviert ein Item Kostet mich das jetzt eigentlich mal Hab ich doch Ja Für wen wird das, glaubst du, der Quadra Kill? Für Cannon oder für Warwick? Für mich? Ich hab übrigens keinen Smite Up, ne? Die reißen uns aber auf alle so hart auseinander Die reißen uns aber auf alle so hart auseinander Die rechnen sich damit, dass wir sowas tun Die beide bekommen einen gleichzeitig einen Pentakill Zeta Not even a problem Tata für Das Cannon Übrigens schöne Wards, die wir haben Ja schon Ich wundere mich auf Boah Wut? 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 Ich war so kurz davor, mich zu heilen Ja, und Shutdown-Rod Ey, der war so fast tot Der ganze Baron ist weg Nicht der ganze Yester macht jetzt hier miese Matent Matent Yester, Yester, Yester Yester, Yester Wohle sie dir Lass, lass andere da oben auf jeden Fall sterben Und krieg dann keinen Kill Ich hab eh keine Chance gegen Warwick Du hast auch keine Chance gegen Sona, hab ich gerade gesehen rove Haha, rifke ich sehe ich So, Blackflugky ist fettig Der hat einfach keine Chance Ja und? Ich hab noch Baron Der ist Österreicher undました Boah, bei der Miese Mies Den einzigen, den ich nicht töten kann, war Wék Wer backstory? Und, Canon Warwicky Tristan auch, und Zona vielleicht. Wenn ich nicht wegläufe. Jetzt tötet die den, ihm. Da! Die ist geslowt. Aber der Damage vom MC ist schon hart. Ich bin fucking jungle, ich habe keinen Lane gehabt. Ich habe auch keinen Lane gehabt. Ich auch nicht. Jaaaa! Und da ist wieder einer Platz. Ja, wir nehmen die einfach einzeln vor. Leute, ich brauche Farm. Jo. Wir brauchen erstmal jemanden, der bezahlt. Ist angekommen. Da! Stun ihn! Stun ihn! Boah! Boah! Das war ein Cool. Yes! Ja! Mach die Blood! Easy, der gibt nur 33 Gold. Der ist total kacke, der Junge. Ja! Finishing! Finishing! Ja! Finishing! Durchbuschen! Durchbuschen! Base Raze! Base Raze! Ohne Gecko! Gegen die Minions! Boah, wie wir den In-Hip haben! Die haben nicht mal einen In-Hip! Sind die schlecht? Sind die schlecht? Einfach Escape aller Zeiten! Wo ist die Herausforderung? Bei dem Warwick, der davor entsteht! Bei dem Cannon, der gleich wieder kommt! Ja! Bei allen Gegnern! Ob ich die wieder haben kann! Ich würde sagen, wir gehen weg! Cannon kommt wieder, wir müssen weg! Ja, wir müssen auf jeden Fall gehen! Ha! Ich muss nicht schneller sein als Cannon! Ich muss so schneller sein als ihr! Wer glaubst du stirbt von uns? André! Wenn's weiter so läuft, alle! André! Nee! Keine Chance gegen Warwick! Ja, André stirbt! Weil du im Kehob Phil stirbt! Die können alle springen! Die können alle springen! Die können alle springen! Alle hinterher jumpen! Die können wirklich alle nur springen! Ja, das ist alles was die können! Springen! Ja! Daniel geht jetzt drauf! Stimmt? Daniel macht miese Plays jetzt! Alter, Katerina! Nur 123 Farme! Daniel? Ja! Nevermind lol! Ja! Ähm, MC! Was? MC! Na gut, job MC! Was? Pro-Plays Obdo! Ich hab Tristana getötet, ne? Ja, haben wir gesehen! Nee, warum ist der MC denn? Ja, Katzix ist hier in den Busch gegangen und dann hab ich gedacht, der wird hier rüberspringen und in Wirklichkeit ist nach hierher gesprungen! Ja, ja, hat er dich voll getrapt! Das ist ja ein Rätsel, ey! Ja! Aber wir haben den Nip! Ja stimmt, die hat keinen Nip! Nee, und ich werde jetzt durchgehend Katzen vorm bleiben! Jetzt können wir die töten, die sind nur zu dritt! Ja! Drauf! Dum 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 dum! Ich wusste, er würde das tun! Okay, Cannon top! Jo! Dum 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 dum! Ich möchte nicht irgendwer ihn aufhalten, ich weiß, keiner von uns spielt gerne gegen den, aber... Komm, gehol ihn jetzt! Ich bin auch da! Arrow! Arrow! Er ist da! Er ist da! Er ist da! Er ist da! Er ist auch wieder sterben lassen! Why you never Arrow?! Leute, der ist... Ja, ja, ja! Das waren nicht genug Ultis, die wir dafür jetzt verschwendet haben! Ich hatte meine noch nicht ab! Man ist Baron Baron! Komm, wir trappen jetzt! Wir gehen jetzt sneaky! Die haben bestimmt auch keine Wads wie wir! Die haben bestimmt genau unser Wads wie wir! Hier, wir haben Wads! Siehste? Wadsden genieße ich jetzt, er hole ich die ganze Zeit überall, ich zoome extra drauf! Oh, ist der schön! Das ist der eine tolle kleine Ward mit der tanzende Katarina! Die gerade den Teamfight verpasst! Dum 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 dum! Dumb dum 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 dum! Legt euch nicht mit dem Warwick an, der ist ein bisschen gefüttert! Wenn er Hunger hatte. Ich komme Team. Er ist nur ganz leicht gefüttert. Tristana hatte nichts ohne mich. Wann wird dieser andere Q drücken? Aber die sind auch so, nach dem Motto, wir springen alle nach einander rein. Der ist da drin, der macht Ulti. Ich will da nicht rein. Ich kann meine Ulti nicht zünden. Boah! Siehste? Yes! Easy! Easy! Gar kein Problem! Von der Sona gekillt, wie peinlich! Bubis! Also ich weiß nicht was ihr habt ihr. Erkennen war jetzt irgendwie gar nicht das Problem. Die Sona war das Problem. Wäre die Sona nicht gewesen, ne? Finde ich auch. Total. Shame. Of Doom. Shame. Ja, shame. It's such a shame. 31,11. Er ist schon elfmal gestorben? Was für ein Noob! Die elf Todesmark hast du glaube ich in der fünften Minute schon. Cool, wie wenig ich seitdem gestorben bin. Wie lange hält dieser Stun von Ken? Der tötet mich so schnell, dass ich in dieser Stunphase sterbe. Während der Stun prockt. Prockt tot. Du bist tot bevor der Stun, äh, Ulti dann macht. Wir müssen auf jeden Fall wieder mit fünf Leuten den Kenen rausnehmen. Danach können wir weiter irgendwas machen. Wir müssen einfach nur alle Ultis auf Kenen raushauen. Danach auf Warwick, alle Ultis und Yester retten. Weil ohne AD-Carries noch beschissener. Ja? Äh, Yester? Oh, Skiller-Ero! 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 Bis hierhin lief das schon ganz gut. Kannst erstmal ne Runde. Wir machen jetzt einfach einen Dragon. Die rechnen nicht damit, dass wir so blöd sind. Gut, weil wir halt hier schon. Oh Gott! Komme ich hier drüber? Komme ich hier drüber? Ja! Oh, ich rette dich sogar. André. Kannst du nicht einmal leben? Hat der Full-Bild? Jo. War so ein... 31 kill. Aber, ey Leute! Stärker werden kann er nicht mehr! Ja! Nur nur wir können stärker werden. Oh! Sie haben Baron! Team! Danke, Leute. Ich war ja dabei, aber ihr könnt alle hüpfen, würde ich nicht. Ach, der Dodges! Oh! War der noch Ultis? Der hat noch Ultis? Der hat noch Ulti. Der hat noch Ulti. Der hat noch Ulti. Der hat übrigens noch Ulti. Wenn du dich nicht mehr catchen lässt, dann können wir das auch gewinnen. Jetzt kommt ein Panther von mir dafür. Ja natürlich, genau. Der hat Ken Ulti. Ja. Der Ken macht uns auch ohne Ulti. Ken ist noch nicht mal dabei. Aber jetzt sehen wir mal was rauskommt, wenn Philipp wirklich selber spielt. 1,17,9. Nein, das kommt dabei raus, wenn man Philipp auf die Top-Lane lässt. Vor allem mit einem AD-Niederli und sagt dann, du musst nur AD-Altes bauen und mit Tränen anfangen. Wie schön du uns immer Sachen in den Mund legen kannst. Ja. That's what she said. Eine Warmox. Ich brauche eine Warmox. Ja, richtig. Ja, eigentlich schon. Aber viel früher. Dann überlebe ich den. Wie ist denn nur eine Warmox? Ich brauche mindestens noch zwei Warmox. Warmoxe. Der ist halt tot erkennend. Ich habe schon vorgearbeitet. Warmoxen, Jans. Warmox, Loni. Ja, das ist eigentlich richtig, was Phil gesagt hat. Stärker werden kann und nicht mehr. Ja. Aber ich habe das Gefühl, wir wären schwächer. Also auf jeden Fall verlässt mich langsam meine Kraft. MC, was machen wir hier gerade? Nein, in meinem Ernst. Also wenn Philipp irgendwann sein drittes Item mal ausbaut. Äh, wenn ich die Schuhe mitziehe, dann hab ich da Items. Was? Haha, ja, ja. Ja. Genau. Ja, wenn sich allen nicht mehr catchen lässt, können wir das gewinnen. Ich moment. Die haben wir, was? Ja, hab ich doch gerade gesagt. Im Fall. Da! Kennen! Ulti kommt. Ja, Leute. Da kommt deine Ulti jetzt. I need a Lich Bane. Ich gebe einfach nur jetzt da Attack Speed. Das ist doch das stärkste, was ich machen kann. Das einzige, was ich machen kann. Was? Hier, ne mit Attack Speed. Ich geh auch schnell Attack Speed. Was? Was? Da unten ist der Kha'Zix. Und alle auf der Position. Wo ist der Arrow? Ähm, Daniel, ich glaube du bist tot. Ja. Ja, go, go, go. Kha'Zix. Wo kann er nur hin sein? Ah, da war er. Jaaaa! Oh mein Gott, der Test. Ich bin wieder Geld wert. Bist du tot? Äh, ja. Wir haben die erst so hart rausgenommen. Und jetzt macht Kha'Zix mittlerweile auch einfach Hammer Damage schon. Lass mich anspringen. Was? Erster hat noch Ulti. Ja. Jop. Ulti nach Wawik! Ja, ja. Soll ich Ulti für Wawik verschwenden? Wo ist mein Team? Springen wir da jetzt rein? Jop. Jetzt ist es zu spät, jetzt sind wir kaum weg. Ach, Quatsch. Waaah! Oh, 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 oh. Da war der Arrow! Oh, das gilt's nicht. Ja, wir können uns darauf einigen, Leute. Und Report Philipp. Ja. Das habt ihr echt ziemlich verkackt, Leute. Not a single gank top. OMG noobs. I feed on purpose. Ich weiß. Na ja, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschau! Tschau! Tschau!